Ah, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Warte! Oh nein! Schießt du mal zu leben! Wenn du den Rest dieser Audio-Logs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Finde das Audio-Log. Warte, wir wollen jetzt aber nicht die Audio-Logs, sondern wir wollen... Du hast die Haare schön. Du hast die Haare schön. Wer ist im Weg? Ne, ob ich Zeit im Blick hab, hab ich im Blick. Der Timer läuft. Wir müssen da rüber irgendwie. Geht doch da durch das Tor! Hier ist ein großes Tor! Ich stecke! Ja, wir wollen über den Zaun springen. Wie gesagt, Pfeil ist alles. Oh, ich bin gleich tot! Fuck! Marv, du bist unser Tank und hältst den Sport. Ich lebe den Tank grad auf. Ja, ich hab nur so ne blöde Shotgun, die irgendwie überall hinschießt, aber nicht in den Gegner. Oh, 2 HP und ich brenne! Die Kaninia brennt! Oh, ich bin auch tot! Wie kann man denn aufheben? Und eh! Eh! Ja, ich hab Controller. So mit X, okay. Und dann fragst du uns, ja? Ja. Was war ein Reflex? Oh, das Aufheben gibt nen Erfolg! Friendship Rules! Okay, jetzt wird's langsam mit der Munition eng. Ich hab gleich keine mehr. Ja, bei mir auch. Also ich hab nur noch für diese Wackel-SMG. Ich hab keine Sniper-Muni mehr. Oh, die wackelt so übel! Oh, ich bin Level 4. Oh, da oben ist, ähm... Warte mal. Warte mal, da oben ist ne Waffenkiste. Was ist drin? Drei Städte. Warte mal. Hör mir das hier. Ich versteh nicht. Bei mir wird angezeigt, wenn ich ne Waffe bekomme, dass die Munition voll ist. Also ein Schild, Leute. Ein Schild? Ja. Komm ich nach oben? Wo seid ihr denn? Dahinter uns. Auf dem... Am besten wäre ja, wenn das Schild jetzt dann erstmal Marv nehmen würde noch. Ja. Ja, ja. Du bekommst ja wahrscheinlich am wenigsten Schadenkreis. Wie kommt ihr denn da hoch? Ich bin auf das Geländer hier gesprungen und von dem Geländer auf das Dach... Hier. Dann musst du über die Kühltonne. Ich bin über diese brennende Tonne gesprungen. Ja, die ist ja kaputt. Achso, dann meinst du die. Oh ja, die ist es gut. Das nehm ich gern. Ich werd dann auch mal voll auf Tanks gillen. Oh nein! Guten Flug. Was ist passiert? Ja, ich bin rausgesprungen. Er ging fort, ließ uns allein. Lass mal einer von euch die Zugbrücke runter. Okay. Bestimmt irgendwo direkt ein Schalter vor. Ja. Ne. Da oben ist ein Schalter aus. Wie kommt man denn da hin? Darüber vielleicht? Bam! Okay, dagegen springen bringt also auch nichts. Das ist nicht so ein Schalter wie der Claptrap immer benutzt. Also kann sein, dass das ne spätere Mission ist. Was hat die denn für ein Level, die Mission? Ähm. Kreis, komm mal her. Komm mal nach hier oben zu mir bitte. Jetzt noch wissen du. Hier oben. Stell dich mal hier hinten hin. Da. Smokey, am besten wähl die Quests nach Level aus. Bleib mal stehen. Achso, warte. Wir sind noch falsch gelaufen. Wir können noch gar nicht da hin. Geht nicht. Ich spring auf dir rum und das geht nicht. Okay, die anderen beiden lassen wir mal kurz. Oh, wir können Leitern klettern. Bleibt hier da und kümmert euch um die Schilder und wir laufen mal zum Zwerghals. Der Zwerg springt auf der Heilerin rum. Wir haben uns nur angefreundet. Ich wollte mich ihr nur vorstellen. Wieso macht man das bei Zwergen? Mhm. Auf die rum springen lassen, ja. Oh, 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 oh. Das ist eiskalt. Was macht ihr denn schon wieder? Ihr seid schon wieder sonst wo. Oh, 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 kalt, kalt. Das stöhnt der. Ich komm mal hin. Oh. Aber Bear Grylls hätte sich jetzt nackt ausgezogen und wäre durchgeschwommen. Schau mal, ich glaub das ist zu verkaufen. Da steht irgendwas für 520 Dollar. Wie? No refund. Da ist ein Piraten auf der Schiene. Three horns. Blei. Ist ja gar nicht da das Boot. Das wurde schon gekauft. Das ist ganz schön kalt das Wasser, ja. Ja, dann wieder rüber, ne? Wie? Jetzt bin ich ja hinterher gelaufen. Da ist nix. Oh. Mal durch. Ihr seid mir ein paar Kameraden, ey. Aua, aua, aua. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir alle einfach... Oh, 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 oh. Ah. Das hat bestimmt Spaß gemacht die Soundfiles aufzunehmen. Da sind die Skeks. Ah, Bonimox. Super. Entschuldigung, ich hätte deutlicher sein müssen. Du musst die Bulli-Mong mit einem Nahkampfangriff töten. Oh, Nahkampf. Jawoll, das ist doch noch mein Ding, ey. Die müssen wir jetzt alle prügeln hier. Wir müssen sie... Hau sie um. Boah, ich mache aber überhaupt keinen Schaden im Nahkampf. Wo ist Smokey? Ah, fuck. Da kriegt mir einer. Ich helfe mal. Na, Jens, hab ich dich. Geht's? Oh, oh, oh. Jetzt ist der Heuterin mit angegriffen. Bin schon dran. Uh, danke. Das gab sogar ein bisschen Fell. Echte Ginger Mane. Okay, die zwei haben sich also im Endeffekt... Wartet mal, Leute. Die zwei haben sich gerade also gestritten. Wir haben die Chance, wenn wir zu ihm die Sachen bringen, eine Sniper-Rifle zu bekommen. Und wenn wir zum Clap-Trap gehen, bekommen wir eine Schrotflinte. Also ich bin definitiv für die Schrotflinte. Dann gehen wir zum Clap-Trap danach. Ich geh danach zu ihm. Nein, wir können für die Schrotflinte. Wir können nur entweder das oder das nehmen. Ja, ich weiß, war ja auch nur ein Witz. Wenn ich schon keine Waffe bekomme, lass mich denen wenigstens den Kopf abschneiden. Schieß den runter. Was ist das? Okay. So. Hab ich. Ich könnte mal ein bisschen HP gebrauchen, ey. Es ist ziemlich mies. Oh nein! Oh! Kämpf um dein Leben! Hast du dich schon erwischt? Oh. Boah, machen die einen Schaden hier? Ich geh noch jetzt drin, stark jetzt lang hier. Schieß den genau zwischen die Augen. Boah. Ich hab's versucht. Oh, dankeschön. Badass-Bully-Mod. Ernsthaft? Badass-Bully-Mod. Alter, er ist so badass. Jetzt geht er irgendwie unter. Au! Keine Munition mehr. Ich bin out of ammo. Lass mir den Kill, lass mir den Kill. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein! Schieß du mein Leben! Hier, belebt mich mal mehr. Wenn ich ab und schieß. Oh Gott! Ich geh nach zu Marf. Du zu Kreis. Schnell! Nein! Ich bin weg. Sehr gut. Gerade so noch. Ich hör nur deine Stimme. Jetzt sagen wir haben's. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass der da so eine AOE droppt, ey. Habt ihr noch ein bisschen, hat noch jemand von euch Shotgun, Muni? Ne, lass mal zurückgehen. Wo seh ich denn das? Ja, wir können handeln. Wenn du jemanden siehst, kannst du einfach auf X drücken, glaub ich. Die Mission haben wir schon. Ne, irgendwie. Ich glaub nur in den Städten geht das. Doch halt X, um auszutauschen. Hast du schon Munitionen dafür hab? Ich seh glaub ich nur. Hier Handsome Jack. Dann gehen wir jetzt den Audio-Log suchen. Ähm, da kommen noch ein paar Bulli-Mogs. Oh, oh, oh. Wollt die Maler weg? Geh mal schnell ins Gesicht schießen. Au, au. Da ist ein Ausgewachsener. Oh, Kacke. Oh, die Munition ist alle. 39 Lebenspunkte. Keine Munition. Oh, fuck, keine Munition mehr. Fuck, die springen hier nach oben. Okay. Hab ich noch eine andere Waffe? Ich hab noch Pistolen und Sniper-Rifles. Braucht die mal noch Pistolen? Also ich brauch auf jeden Fall, äh... Hat jemand gar keine Munition mehr, dann gibt's ne Pistole von mir. Noch ein bisschen Shotgun, Muni. Wollt ihr ne Pistole? Ah, ich hab ne Pistole. Ah, ich hab ne Pistole gefunden. Cool. Ich schau mal eben, wo... Wo denn wir jetzt... Wo jetzt nirgendwie wie viele Munition wir haben. Braucht jemand ne Pistole momentan? Ne, ne? Ne, Moment nicht. Aus dem Schiff ist ne Kiste, eh. Gude. Schaut mal, wenn hier... Da sind ganz viele Schilde drin. Ach, schon wieder? Ach du Scheiße. Alter, voll... Boah, ey, richtiges Dinner hier. Fuck, hinter der Kiste fest. Sie haben die... Sind da Unterschiede zwischen den Shields? Instant Shields und Shields. Ja. Die sind aber alle von der Kapazität her schlechter als meins. Nur die Aufläufe für mich. Das heißt, nehmt euch. Ich nehm euch dann das Schlechteste, was übrig bleibt. Hallo Kurt, ich würd ganz gern mit dir handeln. Warte mal kurz. Wir haben jetzt zwei rote Pfeile. So, ich nehm das Schlechteste. Kann mir jetzt mal jemand ein bisschen Shotgun Muni geben, bitte? Ja. Wir können Munition nicht droppen. Wir können Munition nicht droppen. Aber wir können sie tauschen. Ähm... Biete. Ne, Munition kannst du nicht abdrücken. Ne, Munition kannst du nicht. Boah, wie blöd. Kannst du einfach Sachen mitnehmen, die wir dann hinterher verticken irgendwie? Ja, ja. Ich würd alles mitnehmen, was ihr findet. Die Kiste ist leer. Toll. Also ich hab noch drei Schuss... Drei Schuss? Ne, ein Schuss. Ne, ein Schuss. Sechs Schuss. Ne, aber ich hab ne Sniper hab ich noch. Die geht noch. Die goldene. Ich lauf auch grad mit der Sniper rum. Die Gearbox-Sniper. Ich hab jetzt grad Pistole. Ich hoffe, die macht wenigstens ein bisschen Damage. Ein bisschen Schaden. Da, 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 da. Ah, schön, ne Packung... Rechte Energie her. ...Shotgun, Muni. Ich will den Rector haben. Wen? Volltreffer. Ein Vogel. Tot. Ich nehm den anderen. Hab ihn. Wir Sniper, ey. Ich seh gar nichts. Oh, lass mich klauen. Oha. Oha. Die schießen immer runter und du gehst sie dann. Haha. Munition. Nom. Ihr sammelt die jetzt automatisch ein, hm? Ich glaub schon. Die armen Racks. Wie geil. Racks. Was sind das? Racks. Ja. Racks. 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 Das ist mir Racks. T-Racks. 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 So, dann gehen wir jetzt das Audio-Log suchen. Das ist natürlich genau am anderen Ende. Ich schau mich hier immer um wie so ein Tourist, deswegen häng ich manchmal ein bisschen der Gruppelte. Ja, das kenn ich. Oh, ich hab wieder ein bisschen Munition von meiner SMG bekommen. Aber ist ja blöd, dass du keine Munition tauschen kannst. Wenn ihr wisst, wie man Munition tauscht, schreibt es in die Kommentare. Gibt's nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht weiß das ja jemand. Mit dem Hack Alt F4 geht alles. Ja. Das ist der beste Cheat der Welt. Ich will immer auf Alt drücken und mich nach links und rechts umschauen. Zu viel Daisy gespielt, glaub ich. Ja. Ja. Oh Mann, ich komm hier nicht hoch. Weißt du, kriegst die nicht hoch? Warum müssen wir alle beim Springen immer solche komischen Geräusche machen? Was tust du? Das ist ein Fernglas. Das kostet 5 Dollar. Das Fernglas hier zu benutzen kostet 5 Dollar. Wow. Und was siehst du da? Nichts. Vielleicht? Zeig mir, was du drauf hast. Willst du das wirklich? Oha. Du kannst aber nur so durchgucken, das bringt nicht so wirklich viel. Aber da oben... Warte, ich bin bloß. Da ist ja was auf dem Berg oben drauf. Da kommen wir aber momentan nicht hin. Lass erst mal den Audiolog holen gehen. Na gut. Jetzt wir uns ein bisschen fokussieren auf die Quests, die wir haben. Naja, der ist ja schon da, der Audiolog. Entscheint. Also der wird hier in dem... Hier in dem Bereich muss er irgendwo liegen. Habt ihr einen? Ja. Wahrscheinlich. Ne? Da drin. Oh nein. Flandermäuse. Fledermäuse. Was bedeutet das? Äh, Verzeihung. Wie war noch ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce. Und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche. Dieser Zug wurde rechtmäßig referiert unter... Heile der Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Alter, wie ist denn der drauf? So, finde das nächste Audiolog, das ist dann da drüben. Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Ich habe es gefunden. Wie, du hast es gefunden? Es war auf dem Dach in so einer Kiste. Die habe ich zerschossen. Hier war was im Briefkasten. Hier, alle da schon wieder am hochspringen seid. Wo ist, ich bin auf dem Dach da? Also wer der Erste an den Sachen ist, der kriegt doch alles hier. Hab's schon, hab's schon. Alles leergeräumt. Oh, hier ist so ein Waffenshop. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Alter! Mein Mann hat mir einen Skekperlenring geschenkt. Die Perle hat Hunger verursachende Pheromone freigesetzt. Was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Der geht ja auch. Ich finde das letzte Audiolog, das wieder da drüben. Ich find den Jack gar nicht so handsome. Nee. Oh, Heavy Pistol gibt's hier. Die kosten was? 157. Badass Jack, meinste? Oh, die nehm ich mir, glaub ich, mal mit. Obwohl... Hast du's? Hier oben nicht. Catcher Gun! Seid doch vor. Ihr seid schon wieder weiter. Kreis und ich sind wieder am shoppen. Wahrscheinlich hier drin. Hier ist es hier. Guck mal. Noi. Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Pfff... Wilhelm... Töte diese Wilden. Zerstanden! Ha, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ha, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Da machen wir erstmal alles andere noch. Ihr wolltet ja erstmal auch noch zum Clap-Trap wegen der Shotgun, ne? Dann geh ich erstmal die... Eine Kress beim, äh... Haar eintauschen. Hier könnt ihr Munition kaufen. LOL! Ha, 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 ha! Das war die richtige Entscheidung, unser Tan! War die Gäste! Das war's je denn echt nehmt. Musik Säen. Naal, man! Das war's derhnalsscher.